So, willkommen zurück und machen hier ganz spritzig am Farg-Weimel weiter und zwar, wenn wir jetzt hier diese Höhlenmission machen und diesen Stammeskonflikt jetzt überlege gerade, wird es denn dichter anerkommen dann müssen wir da... ja... wahrscheinlich von da aus starten so, keine Zeit zu verlieren dann rennen wir erstmal da in... uhr 800 Meter, eh, alles klar aber das spinnt ein bisschen rum, weil das ist ja ganz woanders Wollte ich schon sagen zickt ein bisschen rum gehst du da rüber so, dann rennen wir da mal hin nehmen wir mit naja, Tigers, naja ach so, da haben wir eine Pflanze, nehmen wir mit das ist ja na, in der Nacht ist das ja Hammer ach, das ist wieder da oben irgendwo, ey ach, das ist doch scheiße, ey jetzt muss ich erstmal für Karte gucken ach, da kommen wir nicht mal hin, ne auch Mann, ey na, dann machen wir ja, irgendwie holt es hier nicht hin stecken wir nicht einartig, ähm, alles, ey nicht so versucht mal da jetzt zum Wegpunkt zu setzen r einartig einartig m Kassen die Karte vor Ort haben auch erledigt hier ist ein schöner Weg geben wir tausend Meter der Tauter gar nicht hin, ey, so ein Schwachsinn, ey so stehen Rotunders stehen vielleicht vor den hiesigen Gehegern Jahresjungen, um ihre Zahl zu verringern, okay da wollte der echt wegrennen oh, Alter oh, Alter da, Löt mitnehmen So, wo seid ihr? Kümmern wir uns um die hier. Sehr schön. So, ja, du mastest schon. So. Oh, das ist aber ganz schön weit, Alter. Höhlenmission. Machen wir erstmal einen Wegpunkt da hin. Also die Wegpunkte hauen ja überhaupt nicht hin, also einartig, ey. So, töte die Angreifer, okay. Das hast du fein gemacht. Okay, die sind von uns. Oh, hier ist wieder Action. Die räumen wir hier alle aus dem Weg. Oh, der Köder liegt auch wieder flach. Oh, shit. Braunbär. Oh, wie geil. So, da lang. Zack. drüben drüben so jetzt sind meistens mal hier also da lang Ah, ich kann nicht wenigstens hochklettern, gell? Und wie komme ich dann hoch? Verdammte Scheiße. Kletterkralle, ey, da komme ich gar nicht hin. Verdammte Scheiße. Scheiße. Muss man doch eine Mission machen, ey. Boah, unbedingt diese Kralle, ey. So, kann ich jetzt rausnehmen. So. Machen wir dann halt eine Mission. So. 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 mit welcher auf dem Mann oder das ist ja da sind sie mit der Autor mehr annehmen belastend Kino Hösche hier? Ey, war das ja nirgendwas. Oh, ist doch scheiße. Warte mal. Das sah noch aus wie welche hier. Komm, hinterher da. Ich hab doch schon Dschungel-Rennen hier. Ja, da sind noch Hölschi hier. Na, wer sag's denn? Ehemal hätten wir schon. Das freut mich noch ins. Ah, da, komm her. Der Herr da. Boah, ist das gesprungen. Sehr schön. So, dann kann ich da wieder zurück. So. Mal gucken, ob es geht. Verbessern, jawoll. Coole Sache. Ach, du Scheiße. Warte mal, können wir hier noch was bauen. Verbessern. alle am ausrasten hier dachs feld wie man kokel kümmer erst mal nicht schrift wie man hat wieder kein problem sein und zwar viermal marmut haut wird schon etwas komplizierter die die große mit fähigkeiten auch die tüche viel besser aus verbessert gesundheit heilung die heute heute zweimal und dann können wir wahrscheinlich noch handwerk machen so zack stachelbombe herrschel so speicheln wir ab und machen in der nächsten spritzigen runde weiter haut darin herrschel so